Benni oder was seid ihr gut drauf? Magic spielen Da habe ich Bock drauf Bisschen laut? Ich mach gleich leise. So soll es gehen, oder? Ja, so. Wir machen das so. Oh, nee, warte. Das ist mein Scheiß. Oh, geil. Das ist mein Scheiß. Das geht nicht auf Deutsch. Der Geomancer. Also eine Frau kommt mir sowieso schon mal gar nicht mehr an. Kann man beide spielen? Ah, okay, du kannst. Wer ist er denn? Der Heilige hier, oder? Nee, das ist mir zu schwul. Da bin ich! So. Puts, Junge. Die Augenringe kommen vom Twitchen. Ballert? Genau, Bro. So. Fista ist auch ein blöder Name für den. Ich muss einmal ganz kurz telefonieren. Warte, warte, okay. Ich kann nicht telefonieren. Die Leute auch anrufen müssen immer dann, wenn man im Stream ist, weißt du? Und den ganzen Tag nichts. Was ist er denn? Gerade wenn du... Der haut mir hier recht in die Fresse. Holy shit. So, ich muss kurz telefonieren, Leute. Warte mal kurz. Bitte? Was geht ab? Ja, was geht? Alles gut, bin gerade online. Was geht bei dir? Ja. Gut gelandet? Ich hab nicht. Ja, ich hab mich fast in... Was läuft bei dir? Ja, Mann. Was machst du? Bin bei mir zu Hause, was geht bei dir? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob deine Telefonnummer funktioniert oder ob es eine englische Nummer ist. Ja, ich versuche zwei auf meine Handys aufzuladen, das dauert ewig. Ich hab jetzt schon mal drei Jahre aufgelandet, drei Jahre. Ja, normal. Und? Wie ist Hamburg? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt es dich jetzt an, wieder frei zu sein? Ja, das ist ja komisch, alles zückt. Alles sieht anders aus. Okay. Ja. Aber... Mit der Bahn? Dann hab ich am Bahnweg vorbeigefahren. Ja. Und raus. Aber kein befreiendes Gefühl? So ist es kein... Jetzt, dass du so denkst, so geil, oder? Gefällt mir. Gefällt mir nicht eigentlich, wie das aussieht. Aber willst du lieber zurück wieder in deine Zelle, oder was? Ja, es ist schon ein komisches Gefühl, oder was? Die Hamburg aussieht richtig komisch. Okay. Ja, Digga, ne? Besser als deine Zellengenossen. Ja, ich glaub auch wieder. Ich sag dir, du möchtest lieber wieder zurück, ne? Mhm. Glaube ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, was... Was abgeht... Äh... 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 Was die... Die haben mir so ein Zelle gegeben, ich musste mich auch anmelden, damit ich mich auch einreisen kann, und so weiter. Also alles so konzentriert. Hm... Was jetzt mit deinem Perse und so? Checken die dir den nach, oder was? Checken die dir deinen Perse nach, oder was? Ja... Muss ich Müssen geben. Hm... Wird ja... Bei Karl und Karl würde ich dir mal anrufen. Ich hab ja noch was von mir. Ja... Habst du denn jetzt raus, oder bist du unter Quarantäe? Na klar, kann ich nicht frei raus, Digga. Da bist du noch nicht draußen rumgelaufen, Digga? Füße vertreten? Nochmal? Da bist du noch nicht raus, Digga? Füße vertreten? Nee, ich bin gerade jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde übrig. Ach so, okay. Und nix los, komm vorbei, ja, ne? Ja... Später nochmal vielleicht. Ich bin jetzt gerade noch online. Aber wir können doch mal so eine... Weiß ich nicht... Da natürlich... Keine Ahnung, wie man mit deiner Telefonnummer da telefonieren kann. Ansonsten rufe ich einfach hier kurz an, oder schreib dir in der erste Nummer, oder so. Kannst du mir ja rufen. Ja, der kommt da schon, oder? Jo, Freunde! Das war, äh... Der wurde entlassen. Der war im Knast. Live auf Twitch. Der war drei Jahre im Gefängnis in London. Jetzt nach draußen. Muss man eigentlich Dreck klippen. Woher geht's? Welcome to the jungle! Aua! Überall so fast ausverkauft. Und drehen die Leute richtig durch. Ganz ehrlich, ich finde nicht, dass das so super geil schmeckt. Schmeckt für mich okay, aber für 1,50 für 0,5... Wir haben... Wenn ihr das sehen wollt, ich habe hier ein Test-Review auf meinem Kanal. Bei Vince Jordan Official. Könnt ihr gerne mal abschalten. Nicht abschalten, sondern einschalten. Jetzt kommt er! Wow! Ich breche dir alle Knochen. Und dann bist du so... kurzes fazit ich finde es nicht schlecht also ich muss sagen es ist nicht schlecht bin aber auch noch nicht so ganz überzeugt also es hat auch so klar hat das noch mängel und da das wollen wir jetzt gar nicht bewerten dass ein paar bugs hat und sowas oder nicht ganz flüssig läuft es hat potenzial definitiv hat es potenzial finde ich gar nicht schlecht auch da sind ein paar gute sachen dabei und wenn ihr mehr abchecken wollt wenn ihr live mit mir auf twitter wollt dann kommt gerne vorbei winston official ist auch unten in der beschreibung ich werde das ganze ding hier hochladen deswegen auch ein bisschen kürzer kurz online gekommen das spiel abtesten und ja freunde ich bin raum